In diesem Video geht es um das Element Radon. Ich erkläre dir, welche Eigenschaften Radon hat und wofür es eingesetzt wird. Radon ist ein radioaktives, farb- und geruchloses Edelgas. Das bedeutet, dass es Strahlung abgibt und nicht mit anderen Stoffen reagiert. Sein chemisches Symbol ist Rn und es hat die Ordnungszahl 86 im Periodensystem der Elemente. Da es ein Gas ist, kommt es in der Atmosphäre vor, aber in sehr geringen Mengen. Radon wurde im Jahr 1900 vom deutschen Physiker Friedrich Ernst Dorn entdeckt. Er stellte fest, dass Radon bei der Zerfallskette von Radium entsteht, einem anderen radioaktiven Element. Radon ist eines der schwersten Gase und ist in der Natur weit verbreitet. Radon kommt überall in der Erdkruste vor und wird freigesetzt, wenn radioaktive Materialien wie Uran oder Radium zerfallen. Es kann aus dem Boden, Gestein oder Wasser in die Luft gelangen. In Innenräumen wie in Häusern oder Schulen kann die Radon-Konzentration höher sein als im Freien, besonders in Kellern und Räumen, die in direktem Kontakt mit dem Boden stehen. Radon ist ein radioaktives Gas und kann gesundheitliche Probleme verursachen, wenn es eingeatmet wird. Es wurde festgestellt, dass Radon das Risiko von Lungenkrebs erhöhen kann, insbesondere bei Menschen, die auch rauchen, ausgesetzt sind. Daher ist es wichtig, die Radon-Konzentration in Innenräumen zu überwachen und geeignete Maßnahmen zur Reduzierung der Exposition zu ergreifen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um die Radon-Konzentration in Innenräumen zu reduzieren. Dazu gehören gute Belüftung, Abdichtung von Rissen im Boden und Wänden sowie spezielle Radon-Absaugsysteme. Es ist wichtig, regelmäßig Radon-Messungen durchzuführen, um sicherzustellen, dass die Radon-Konzentration auf einem sicheren Niveau bleibt. Das war das ganze Zeit, das ganze Zeit, das ganze Zeit, das ganze Zeit sind für Wändersäumen, die sich an der Klang darin überwachen. Die Klang darin ist natürlich nicht bedeutend.